Ja, willkommen zurück. Wir haben uns ja letztes Mal ganz schön hochgelevelt, da bin ich auch sehr zufrieden damit. Und wir werden dies gleich mal probieren. Panzerhandschuh. Oh, kieze. Mensch, sie saß mir auf das Fio. Mist. Gut. Immer nicht gut. Meeine Fette. So. gehen wir hier lang alles gebrauchen gehen hier lang gerade hier war nichts scheiss gift Hä? Das ist Mist. Was ist denn da hässlich, die Dingo? Weg! Wir müssen weg! Die 415 nehmen uns mit. Die dürfen nicht so gierig sein. Gut. Hä? Wo ist das? Was 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 ist das? ARD Text im Auftrag von Funk jawohl dog Boah, tausend Sweh Das können wir nie einbüßen Oder ist ja noch was gleich Wo wir sagen können Uha Das ist auch noch was Hätten wir es schön So gut wie Wir müssen hier zurück Guck mal hier Ganz entspannt Die würde ich nie einbüßen Jetzt Ist hier noch was Haben wir alle Hier vielleicht noch irgendwas Ist auch offen Gut Vielleicht noch irgendwas Oh ja Oh yeah Die 600 schmecken aber Und Dunstgewebe Das ist wichtig Gehen wir nochmal hier gucken Irgendwas Oh ja Nee Wir kommen hier hoch Oh 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 die Scheiße Oh weg Gut Gut jetzt Die Die nehmen wir einfach mal mit Jetzt die 26e Einfach mal ein bisschen looten Bomben Euch scheint die Waldis Werkstatt richtig zu gefallen Jedenfalls seid ihr schon recht lange hier Bomben Bombenrüstung Hier Es schmeckt Aber weil das bringt uns Hüftrüstung Wir bringen uns alles nichts Wir würden mal völlig einbüßen Wir würden mal einbüßen Wir würden mal völlig Boah, es würde dann noch mal gehen. Oh, der Panzerhandschuh. Hat er sonst noch was? Oh, der Panzerhandschuh. Oh, der Panzerhandschuh. Ja, auf so einen Riss konzentrieren und Dinger holen. Oh, der Panzerhandschuh. Oh, der Panzerhandschuh. Die sind scheiß Dinger. Oh, der Panzerhandschuh. 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 Ich werde wieder geheilt, die Scheiße. Scheiße. Gut. Abladen Waren hier geguckt was drin war in der Kiste Ok wir sind wieder voll im Rennen Die Kiste sind eigentlich immer am besten Die Kiste sind nicht immer wieder Oh 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 Komm her! Ja! Geht los! Gut, 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 gut! Scheiße! Ach, hier! Das ist stark! Geht los! Geht los! Geht los! Geht los con los! ¡Nos, ¡pumper! ¡Vamos! Ist ja völlig eklig. Fuck! Weg! Oh, wieder so innen! Meine Fresse! Oh, wieder so innen! Oh Gott! Das ist S, wie schlecht! Äh, dann können wir gleich wieder zurück gehen, haben wir wenigstens erstmal 42, wir gucken erstmal was wir hier rein. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Warum? Gehen wir nochmal hier gucken. Auf der Seite. Ja, die knapp 600 müssen wir es mitnehmen. Wie viel haben wir denn da jetzt? 2.000, 2.800, schnudr! 10.000 geht es oder? 7.500? 5.000? Naja 5.000? 5.000? 6.000? 6.000? 6.000? 6.000? 7.000? 7.000? sein hier oder? Ehe nicht ruhig bloß. Denne! Hä? Wo sind wir jetzt? Hier, hier, hier. Mit 105 brauchen wir nicht hinzukommen. Oh die sind immer gut hier. Oh ich bin da so ein Ding. Das ist nicht schlecht. Dort. Dort. Und dort. Okay. Okay. Ach komm. Ach komm. Geht nochmal. Oh. 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 gewesen das haben wir hier also mit 1000 gehen wir mal zurück die fiesig nicht ein ich kann höchstens noch mal gucken ah dort ist auch noch was sogar zwei schmeckt hier noch was ist nichts Nichts, ist nichts, ist nichts, machen wir nicht. Machen wir nicht. Jetzt mal ruhig hier. Die 1003 nehmen wir auf jeden Fall. So, auch noch 1000, oh ne, plus ein Nebelanker. Wie kriege ich einen Nebelanker? Oh, decenter Hezleisch. Didn't lose. Oh, das ist ein Nebelanker. Das ist ein Nebelanker. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Abfass, Junge. Wait. Von der Seite ran. Nichts. Nee, Quatsch. Käse. Wieso die Idioten? Die Idioten. Das war's. Die Idioten. Die Idioten. Oh Oh Ja Amt Ja 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 Come on here Ja 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 Das sind 900 du, die kann man eigentlich auch nicht einfach so lassen. Die möchten wir schon mitnehmen. Können wir mal hier gucken. Haben wir die 1100? Können wir hier noch was stehen? Wir machen los. Wir machen definitiv los. Du wirst schnell schwächer. Aber was ist denn hier mit Nebelanker gemeint? Hier kommen wir jetzt bald rein. Die wollen doch 5000 haben hier, oder? Ja. Ja. Weg mit dir. Sehr clean. Nilsheimligierung. Sehr schön. Nilsheimligierung. Sehr schön. Nilsheimligierung. Nilsheimligierung. Ja. Ich bin ein paar Mal. Was hier immer nischt ist Hier haben wir bloß die Tlehen drühen Ja Mach mit dir Schießt ihn mal auf Dainet hier Das ist der Einstimmer Ich bin noch nicht so weit Eita Aller ist 206 Nicht schlecht Nicht heimlich jung Oder bei Geil 1000 Oh Gott Müssen wir uns schon wieder überlegen Was wir machen Das ist ein Plot Die Nachtgabe Basta Renn auf mich Was wir machen Das ist ein Plot 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 Umso mehr Zeug ist auch drin Oh hier ist auch noch eins Oh Wir müssen bloß irgendwie Unter dem Druck finden Das ist das Problem Nochmal hier lang Oha, das Ding wäre natürlich noch geil, eins, zwei, drei, aha, okay. Nö, nö. Sinnlös. Scheiße, wo war das andere? Hier. Ah, okay. Nochmal das Spiel. Oder der Fluch. Nee. Fuck. Wir müssen heben. Das nützt nicht. Die tausend sieben... Ja, ja. Das werden wir schon gar nicht mehr schaffen. Scheiße. Fuck. 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 Tausend sieben im Arsch. Tausend sieben im Arsch. Tausend sieben im Arsch. Oder? Bin wir nicht schon eigentlich da? Hä? Oh. Ah, warte, warte, warte. Wir schaffen's, wir schaffen's. Juuu. Sauber. Und jetzt, äh, nebelanker. Wie viel? Wir brauchen so einen Sonor-Welche. Aber hier könnte man aufmachen. Machen wir einfach mal auf. Halter Nebel von Nilfheim. Aus dem tiefen Nilfheim schaltet die Verbesserung eines mächtigen Gegenstands frei. Winzgräbe. Okay. Wo krieg ich das? Hier krieg ich's. Hier krieg ich's. Okay. oder brauchen nebelanker wir haben wieder eine Truhe geöffnet wir sind ein Stück weiter gekommen aber hier machen wir dafür erstmal einen Cut und das Looten geht nächstes Mal weiter